Also, was ist jetzt los? Was? Nein, ich möchte es doch nicht so rumspielen, alter. Hä? Hallo, dreh dich rum. Hallo? Was? Hä? Was ist los? Hä? Alter, was? Ah, nee, ich... So, also ich habe jetzt mit einer Freundin telefoniert und es funktioniert jetzt. Ich habe mein Mikrofon irgendwie entknoten und es ist ein wundervolles Pullover dran machen. Hallihallo, hallischen Puppechen und herzlich willkommen zu diesem wundervollen Video. Heute spiele ich mal Dress to Impress. Jedenfalls wollte ich mich ganz kurz für die 15k auf YouTube bedanken. Das ist einfach so, so viele Follower. Ich bin nicht gerade bei denen her. Upsi. Nee, mach das weg. Mach das weg. Mach das weg. Jedenfalls, ich wollte euch noch fragen, sollte ich die 20k knacken? War es hoffentlich bald passiert, weil es fehlen halt einfach nur noch so zwei, nee, acht Follower. Sollte ich die knacken, was würdet ihr euch da so für ein Special wünschen? Weil ich würde das dann natürlich schon mal vorbereiten. Mann, das ist alles so hässlich und es geht gleich los. Mach es doch einfach weg. Egal, was ist das? Nee, 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 nee. Also, ich spiele jetzt, nee, ich spiele jetzt Fashion Famous. Tschüss.